Hallo, mein Name ist Sascha Reinkummer. Ich bin der Sprecher der Fraunhofer Allianz Reinigungstechnik, im Zusammenschluss der zehn Fraunhofer Institute, die sich mit dem Thema Reinigungstechnik befassen. Und natürlich sind wir auch dieses Jahr als fachlicher Partner der Deutschen Messe bei der Parts to Clean dabei, organisieren gemeinsam mit der Deutschen Messe das Fachforum und haben auch wieder einen Stand gegenüber vom Fachforum. Auch in diesem Jahr ist natürlich das Thema Digitalisierung wieder ein großes Thema auf der Messe. Da geht es unter anderem darum, natürlich Verunreinigungen zu messen und zu visualisieren, vor allem partikuläre und filmische Verunreinigungen, aber eben auch Daten aus Anlagen zu generieren, um dann auf diesen Daten eine Wissensbasis zu schaffen, um Reinigungsprozesse noch effizienter auszulegen. Natürlich werden wir auch berichten über Neuigkeiten aus dem Bereich Gremien und nationaler Regularien. Da werden wir zum Beispiel etwas zeigen zu der neuen VDI-Richtlinie zur Reinigung von Medizinprodukten in der Produktherstellung. Und wir werden in dem Kontext auch einen mobilen Reinraum vorstellen, den man quasi örtlich verändern kann, um dann den Reinraum immer dabei zu haben, wenn man ihn benötigt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch wieder unser ganzes Portfolio an Reinigungstechnologien dabei, von der Nasschemie über die Strahlverfahren, aber auch zu den Plasma- und Laserverfahren. Von daher freuen wir uns schon sehr auf die Messe und auf die vielen spannenden Gespräche mit den Ausstellern, aber auch Besuchern, die ja bei der Partiklinie jedes Jahr mit konkreten Problemen auf die Messe kommen, um dort Lösungen zu finden.